Hier kann man ein Loch sehen. Also das sind die einzelnen diesen Reihen. Das sind große und kleine, das sind die Fotos. Und hier sieht man ganz klar ein Loch. Solche Patronen, solchen Kopf, kann man nicht mit Drucker irgendwie aussortieren. Also elektronisch. Man kann das erst mit dem Druck sehen. Das ist die Sperre. Es gibt auch Köpfe, die haben einen Riss. Und das kann man gar nicht sehen. Das sieht man zum Beispiel erst nach gewisser Zeit, wenn das Druck, dann kommt das Problem. Also das ist für uns bei den Kennen sehr sehr wichtig, muss ich sagen.